Willkommen. Nun ist Biene im Kahn auf der Dant. Jetzt sind die Räumchen bei meiner Ankerei. Es sind hier oben haben wir sechs und unten haben wir sechs. Das heißt, wir haben zwölf Räumchen, die wo, ich ziehe jetzt mal das Beste raus, wenn ich ein gutes erwische. Die sind so voll und schwer und die sehen dann alle irgendwie so aus. Manche auch komplett verdickelt, manche nur ein Stück verdickelt und der Wassergehalt liegt hier bei 16,5 Prozent. Ja, fangen wir an das Schleudern an. Los geht's!